So, wir fahren wirklich der Heim der Spinnerer. Geht mal, wohin kommt wirklich? Das ist ja nicht normal. Nein, bleib jetzt bitte drinsitzen. Es ist eine Außen. Geht mal ein Moment. Eine schöne Katze. Da oben, schau. Sehst du sie nicht? Sie spiegelt ein bisschen, oder? Jetzt, oder? Kannst du sie sehen? Ja. Ja. Sie ist hübsch, oder? Ja. Willst du es dem Papa auch zeigen? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Alles klar. Du hast den Papa gut gezeigt. Aufpassen. Ja, da muss man aufpassen. Aber es ist gutes Glas. Die Kinder müssen aufpassen. Die Kinder müssen aufpassen. 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 Und welches Tier magst du das nächste sehen, Sophie? Geht mal. Oh, ich bin ein beeindruckt. Das ist schön. Mit dem Papa. Na, ja, ist das Ganze. Ja, das sind die Katze. so